Als Senioren-Yoga bezeichnet man Yoga für Menschen ab 60 oder 65. Ich unterscheide gerne beim Senioren-Yoga drei Hauptzielgruppen. Die erste Zielgruppe beim Senioren-Yoga sind die fitten Alten. Viele Menschen zwischen 60 und 70 sind sehr fit. Wer sportlich aktiv gewesen ist, vielleicht Yoga schon viele Jahre gemacht hat, der braucht kein spezielles Senioren-Yoga. In diesem Sinne, Senioren-Yoga für die Gruppe der Fitten ist einfach wie normales Yoga. Manchmal machen auch die 65- oder 70-Jährigen den 20-, 30-Jährigen gut vor, wie man Kopfstand machen kann und wie man in fortgeschrittene Asanas gehen kann. Heutzutage sind ja viele junge Menschen steif, weil sie weniger körperlich aktiv gewesen sind. Aber manchmal gibt es auch die fitten Senioren, die einfach unter sich sein wollen und es einfach schön finden, Gleichaltrige zu haben, mit denen man zusammen Yoga übt. Wenn du also in einer Seniorengruppe hauptsächlich die fitten Senioren hast, dann unterrichte sie ganz normal, wie du alle unterrichten würdest. Die zweite Zielgruppe des Senioren-Yogas sind Senioren, die die ein oder andere Einschränkung haben. Viele Menschen ab 60 haben bestimmte Verschleißerscheinungen in den Gelenken, sie sind etwas steifer, sie können vielleicht nicht mehr ganz so schnell aufstehen und so weiter. Diese zweite Gruppe des Senioren-Yoga sind solche, die im Grunde genommen auch normalen Yoga üben, aber langsamer das Ganze angehen. So ähnlich auf unseren Internetseiten gibt es den Rücken-Yoga-Kurs. Der Rücken-Yoga-Kurs eignet sich auch als Senioren-Yoga-Kurs. Und bei Yoga Vidya haben wir ja auch Senioren-Yoga-Übungsleiter-Ausbildungen und Senioren-Yoga-Weiterbildung für ausgebildete Yoga-LehrerInnen. Und so kannst du dort lernen, wie du diese Yoga-Stunden so anpasst für Menschen mit der ein oder anderen Einschränkung. Dann gibt es die dritte Gruppe, die für die Senioren-Yoga besonders gut ist, das sind Menschen, die gewisse Einschränkungen haben beim Aufstehen und wieder hinlegen. Und da wird das Senioren-Yoga etwas stärker angepasst werden müssen. Die Menschen können weiter selbstständig aufstehen und sich hinsetzen und sie können sich hinlegen und so weiter. Aber es ist ein etwas größerer Aufwand. Hier wird man das Yoga so anpassen, dass man vielleicht zuerst stehende Übungen macht, dann die sitzenden Übungen auf einem Stuhl und dann nachher die Übungen, die man auf dem Rücken oder Bauch liegend macht, dass man eben nicht aufstehen und hinlegen und so weiter ständig muss. Das ist also die dritte Gruppe für Senioren-Yoga. Gut, ich hatte jetzt von drei Gruppen gesprochen und das sind so drei Gruppen, die wir in den Yoga-Zentren haben, wenn Senioren-Yoga angeboten wird. Manchmal hat man es auch gemischt zwischen den dreien, da muss man ein bisschen schauen, wie man das Ganze dann aufbaut. Und auch in Yoga-Vidya-Ashrams haben wir auch manchmal Senioren-Yoga-Wochenenden oder Senioren-Yoga-Wochen. Und dann muss man schauen, welche dieser Teilnehmergruppen man hat. Die vierte Gruppe, für die Senioren-Yoga geeignet ist, sind eher, man könnte sagen, Menschen mit stärkeren Mobilitätseinschränkungen, vielleicht zum Teil sogar Bettlägerige. Und dort würde man sagen, was vielleicht in Senioren-Treffs oder Seniorenheimen ist, dort gilt es noch mehr anzupassen. Man kann Yoga auch im Bett machen, man kann auch rein Stuhl-Yoga machen. Und es gibt eben Menschen, die können sich nicht auf den Boden hinlegen und wieder aufstehen. Aber sie können vielleicht auf einem Stuhl sitzen und wieder aufstehen. Und so würde man alles auf Stuhl und sitzen und stehend machen. Auch das lernst du, wenn du bei Yoga-Vidya eine Senioren-Yoga-Übungsleiter-Ausbildung machst, lernst du auch, wie du für diese vierte Gruppe Senioren-Yoga unterrichten kannst. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de Dort findest du auch die Informationen über Senioren-Yoga-Kurse in den Yoga-Vidya-Stadtzentren. Du findest auch die Adressen von Senioren-Yoga-Übungsleitern. Und du findest auch die Informationen über Senioren-Yoga-Aus- und Weiterbildungen.